Weder unterwerfen, noch retten oder überzeugen. Die häufigen Grundprobleme unseres Handelns. Weder unterwerfen, noch retten oder überzeugen. Das sind drei sehr häufige Dinge, die wir fast schon routinemäßig oft tun, also ohne darüber großartig nachzudenken, ohne sich zu fragen, braucht diejenige, braucht derjenige das, den ich gerade natürlich unterwerfe und unterwerfen, ja, wer hat schon vor, andere Menschen zu unterwerfen, zumindest eben bewusst nicht, aber unterbewusst in den Intentionen, in den typischen Absichten, ich bin eigentlich besser als der andere Mensch, ich kann es besser, ich darf es besser, ich mache es besser, besser ich tue es, als dass es andere falsch tun oder andere können das nicht so, sie sind nicht so belesen, sie sind nicht so wissend wie ich oder so fähig wie ich und dann bin ich schnell drauf und dran und unterwerfe einen Menschen, ohne dass ich es vorhabe zu unterwerfen, über aber tatsächlich diese Macht der Unterwerfung aus. Und das ist etwas, was wir natürlicherweise als Menschen immer wieder tun, weil wir wollen uns zeigen, wir wollen uns verteidigen, wir wollen etwas erobern, wir wollen einfach dabei sein und besser sein in dem Sinne oder expandierender sein als eben anderes oder eben andere. Ich kann auch die Natur unterwerfen, ich kann alles Mögliche unterwerfen, mein Auto unterwerfen, weil ich den Willen habe, es zu fahren und an einen bestimmten Ort hin zu bewegen und all das und Unterwerfung ist schnell geschehen und es ist natürlich nicht die Frage, dass wir überhaupt nicht mehr unterwerfen sollten, das wäre totaler Quatsch, sondern wann und zu welchem Zeitpunkt und in welchen Umständen und welche Menschen natürlich. Aber immer unterwerfen und sagen so, ich bin notfalls der Bessere, das wäre dann zum Beispiel rein narzisstisch. Das Gleiche gilt für das Retten. Man tut ja anderen Menschen Gutes. Wir geben oder wir treten aus uns heraus im Sinne eines Altruismus und helfen anderen Menschen in allen möglichen Lebensbedingungen, unter allen möglichen Lebensumständen, weil die Rettermentalität ist verbreitet. Du siehst es ja allein schon am Rettungswesen, auch das private Rettungswesen, das Rote Kreuz ursprünglicherweise und all das, gar keine Frage, dass es Rettungsdienste braucht und dass es dieses Rescue braucht. Aber Retten in diesem Maße, vielleicht sogar in diesem Übermaße, was einfach zu stark ist, zu stark geworden ist, jeden zu retten, jeden zu bewahren, die Menschen vor den Folgen einer Pandemie zu bewahren, bis ins letzte Detail, das, was wir erlebt haben, bei den Corona-Maßnahmen weltweit und global im Sinne der Rettung. Wir müssen Fürsorge leisten, für problematische Patientengruppen, was auch immer. Da ist die Frage, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ist das nicht zu stark, in jedem Maße und auf jeden Fall retten zu wollen und immer wieder zu retten? Die Menschen vom Hunger zu retten, die Menschen aus Gott weiß was für Situationen heraus zu retten, wo du dir dann auch die Frage stellst, irgendwo, wenn ich immer dieses Retterangebot habe, dann werden natürlich auch Menschen dem folgen und sich gerne retten lassen. Weil sie kriegen ja dann eine Gratifikation, sie kriegen Essen, sie kriegen Obdach und all die Möglichkeiten, sie kriegen eine Grundsicherung und all das. Und das führt natürlich dazu, wenn viele Retter da sind, dann muss auch viel gerettet werden. Wir sehen das buchstäblich im Rettungswesen jetzt eines Roten Kreuzes und der Ambulanzdienst und der Notärzte und der Hubschrauber, die es gibt und alles. Und wenn ich weiß, ich wäre vom Hubschrauber gerettet, dann kann ich auch mal ein bisschen Risiko eingehen im Berg oder bei meinem Mountainbike fahren irgendwo in einem Gelände, wo vor 20 Jahren noch niemand gefahren wäre. Also nur mal so als profane Beispiel. Das Gleiche gilt für diesen dritten Ausdruck, das Überzeugen. Wie schnell sind wir drauf, auch im Sinne einer Unterwerfung oder im Sinne einer Machtausübung, auch im Sinne einer wohlwollenden und vor allen Dingen immer wieder wohlwollenden oder als wohlwollend deklarierten Machtausübung jemand überzeugen zu wollen, weil wir der Auffassung sind, weil du, weil ich der Auffassung sind, dass das wichtig ist. Ich muss die Menschheit überzeugen von dem und dem und dem. Und dann schreiben wir Bücher und dann posten wir und dann machen wir Filme und dann werden wir tätig in der Überzeugungskraft und dann fangen wir an zu missionieren. Dieser Missionseifer, der ja in der Historie und in den Kulturen, diesen unterschiedlichen Kulturen der Menschheit verbreitet war, bis hin zu der Behauptung mancher Buddhisten, der Buddhismus macht keine Missionierung, was natürlich totaler Quatsch ist, weil er missioniert genauso und so subtiler noch als eben der offizielle Evangelikale, der durch die Welt und durch Afrika zieht und hier seine Missionierung, seine Überzeugungsarbeit, seine Glaubensunterwerfung macht. Und das ist ja nur ein Beispiel für Überzeugungen. Wenn ich in einer Partei bin, dann gibt es eben eine Parteirichtlinie oder es gibt ein Parteiprogramm und das versuchen wir rüberzubringen und so viele Anhänger wie möglich zu bekommen und die müssen wir natürlich überzeugen. Überzeugen, argumentieren, echt daherkommen, adrett daherkommen, was auch immer die Attribute, die Möglichkeiten, die Werkzeuge zu einer Überzeugung sind. Und das wollen wir eigentlich immer wieder und meistens im Sinne des als gut Deklarierten, diese Überzeugungen, die wir ständig haben, weil ich bin der Auffassung, ich habe die Erfahrung gemacht und deswegen möchte ich das anderen Menschen auch schenken geradezu und es machen, weil es mich beseelt, weil es mich befreit hat, in Anführungszeichen, mir zugutekam und dann möchte ich, dass das anderen auch zugutekommt und dann versuche ich zu überzeugen oder ich will mich einfach durchsetzen oder Geld einsammeln oder was auch immer das ist. Das Unterwerfen, das Retten, das Überzeugen. Und natürlich finden wir noch andere Möglichkeiten, die einseitig sind oder wo wir als Menschen immer wieder Gefahr laufen, einseitig zu werden in der Unterwerfung. Unterworfen ist jemand sehr schnell, also wenn ich jemanden attraktiv finde und der findet mich auch attraktiv, dann unterwerfen wir uns gegenseitig und das ist etwas ganz Natürliches, etwas vollkommen Normales. Dann muss ich einfach in der Lage sein, mich zu unterwerfen, also mich hinzugeben, es geschehen zu lassen, nämlich eindringen zu lassen, etwas zu genießen. Das hat ja auch damit zu tun, ich unterwerfe mich dem Genuss beispielsweise. Ich genieße etwas, es kommt mir etwas zugute, wofür ich selber nichts machen muss. Also unterwerfe ich mich, ich lasse es einfach zu. Ich lasse die Dinge zu und das hat natürlich ganz viel Positives auf der einen Seite, aber eben auch das prinzipiell andere, eben das Negative. Dann bin ich eben abhängig. Dann übt jemand Macht aus und Macht ausüben macht uns als Menschen immer wieder sehr groß. sein Gefühl von Grandiosität, die sind von mir abhängig. Ich bin derjenige, der es besonders gut macht und der es im Notfall kann und der immer wieder gefragt wird, wie geht es denn richtig und all das. Und dann findet schon eben die Unterwerfung statt. Das heißt also, dann findet die Energie statt, der Energiefluss statt, von einer Person zu anderen Person, von einer Instanz zu anderen Instanz oder Institution und all das. Und dann sind wir immer wieder drauf und dran und notfalls tatsächlich auch drauf und dran, diese Macht der Unterwerfung auszuüben oder auf der anderen Seite eben als die Unterworfenen das so hinzunehmen, zu sagen, na, der Staat ist so, der Diktator ist so, es ist einfach so, wie es ist. Ich muss anerkennen, was ist. Ich muss es hinnehmen, ich kann mich nicht dagegen wenden, weil da habe ich gar nicht die Kraft dazu und die Kompetenz dazu und die Möglichkeiten. Also unterwerfe ich mich. Unterwerfen und unterwerfen lassen. Retten, immer wieder retten. Ich war mal eine Zeit lang, ich glaube, es war in meiner Bundeswehrzeit, Beifahrer, war im Sanitätsdienst, Beifahrer, so im allgemeinen Rettungswesen, also DRK-mäßig und diese Rettungsdienste. Und dann hatte ich einen Kollegen und wir sind zusammen diesen Bundeswehr-Rettungsfahrzeug gefahren und sind so durch Stuttgart gefahren damals. Und ich habe so bemerkt, wie der drauf und dran war, immer zu sehen, wo ist da was, wo könnte da was sein. Was könnte ich jetzt retten, wo könnte ich jetzt das Blaulicht anmachen und dann dahin brettern und die Leute einkarren, natürlich im guten Sinn, ist gar keine Frage, und dann die ja ins Krankenhaus fahren. Und ich dachte mir, mein Gott, ist der drauf. Nicht, weil ich Angst hatte, dass sowas geschieht und dass wir da wirklich ran müssen an die Sachen, sondern weil ich bemerkt habe, dass seine Einstellung voll und ganz nur diese Rettungseinstellung ist. Retten, retten, retten. Wie so ein Feuerwehrmann, der auch gerne Feuer anzündet und davon gibt es nicht wenig und gab es nie wenig, die das tatsächlich gemacht haben, um einen Feuerwehreinsatz entsprechend so geradezu zu provozieren und kriminell eben herbeizuführen, indem sie selber Feuer gelegt haben, um dann retten zu können, um dann vor Ort zu sein, vielleicht sogar der Erste vor Ort zu sein, derjenige, der alarmiert. Und all diese Dinge, die gibt es tatsächlich, diese Sachen, das ist nicht abstrus. Also retten wollen um jeden Preis, jeder muss gerettet werden, jedes Menschenleben ist wertvoll. Und zu retten, zu retten, wir sehen das meinetwegen jetzt auch in der Intensivmedizin, wo man Menschen dann wiederbelebt und wiederbelebt in Zuständen, wo man sagt, also in allgemeinen Zuständen und damit in menschlichen, ethischen Zuständen, wo man sich dringend die Frage stellen muss, ist das wirklich notwendig, geht das noch? Macht er das nicht, um sich als Professor, als Privatdozent oder Oberarzt oder was auch immer sind, eben zu profilieren vor seinen Studenten meinetwegen? Ich habe das oft genug erlebt, solche Sachen auch in der Form. Und ich dachte mir, das ist vollkommen unmenschlich, was hier passiert. Du musst diesen Menschen nicht wiederbeleben. Du musst ihm nicht nochmal eine Infusion geben und fünf Tage vor seinem natürlichen Ende, vor seinem natürlichen Tod tatsächlich nochmal eine richtig komplexe Darmspiegelung machen mit allen Untersuchungsmethoden, die dann abbrechenbar sind vor der Kasse und so weiter. Also das sind Schrecklichkeiten, die jeden Tag in deutschen Krankenhäusern und Rettungsmöglichkeiten passieren. Das sind nur Beispiele einfach. Ich könnte noch andere Beispiele nehmen, aber das ist hier nicht mein Anliegen. Das ist nur ein Beispiel eben, um sich klarzumachen, was da oft läuft. Jemanden zu retten, jemand ist minderbemittelt, jemand ist behindert, jemand ist oberbehindert, egal wie wir das ausdrücken wollen und dann eben eingreifen, retten, retten, retten. Und bei vielen Menschen ist es so, dass schon Jesus passiert, dass die dann kommen und denken, mein Retter, mein Erlöser, wie toll du bist. Und dann hat es dem gestunken, hat er gesagt, steh auf und nimm dein Bett selber und hau hier ab endlich. Weil das ist das, was in einer überkandidelnden und überbordenden Gesellschaft, die an die Grenzen ihres Wachstums geraten ist. Und davon bin ich in manchen Dingen sehr überzeugt. Das, was dann ist, eben wir müssen alle anderen mitnehmen. Das sind die armen Patienten, das sind die Menschen, die etwas nicht können, egal aus welchen Gründen, ob sie Flüchtlinge sind, sonstige Menschen sind, alte Menschen vor allen Dingen, Kinder aber auch und so weiter. Da muss ich alles tun, um die zu retten. Und stets parat sein und immer da sein. Es könnte gefährlich werden und all das. Das Leben kann plötzlich enden und das wollen wir nicht. Wir wollen alle weiterleben um jeden Preis. Und eine Sterbekultur, naja, gut, ist ein anderes Thema in der Richtung. Nur mal, um das nochmal so durchzugehen. Und das alles eben eingebettet und gerne garniert mit der Überzeugungskraft. Wir sind ja immer wieder so überzeugend. Wir haben Belege, wir haben den Beleg, wir haben den Beweis, wir haben eine Verifikation, wir haben eine Evaluation und all das, was uns versucht, stets und ständig zu überzeugen. Das ist ja raffinierter als jede raffinierte Werbung auch. Diese Überzeugungskraft, das ist tatsächlich ein Fakt. Und an dem Fakt kannst du nicht vorbeigehen. Und deswegen, genau deswegen, weil es so eine starke Überzeugung ist und eine Machtausübung ist, also eine Unterwerfungsausübung ist, sagen die Leute zunehmend, egal, ich stehe zu meinen Fakten. Und das können Fakes sein und es ist mir egal. Ich produziere extra deswegen Fakes, damit ich endlich mal zur Geltung komme und ich gesehen und ich bemerkt werde. Das ist ja der Grund, warum viele Menschen das tun. Oft sehr unterbewusst. Sie lassen sich nicht mehr überzeugen. Sie lassen sich nicht mehr in einseitige sogenannte Wahrheiten einbetten. Und da finden wir viele Beispiele. Sondern sie versuchen, das eigene zu tun. Und wenn es auch falsch ist, in dem Sinne, Hauptsache sie haben eine Position bezogen, wo sie sich nicht überzeugen lassen müssen, sondern wo sie selbst wiederum versuchen, andere zu überzeugen von dem. Und das ist ein Ringen, ein Kampf. Und damit eben auch wiederum eine Machtausübung und der Gefahr eben, den anderen zu unterwerfen, besser zu sein, zu gewinnen, Land zu gewinnen, buchstäblich Dinge zu gewinnen, Deutungshoheiten zu gewinnen. All diese Positionen, die so etwas mit so etwas umgehen. Und wenn du das jetzt so wirken lässt in dir, und das ist ja auch sehr schnell gesprochen und auch absichtlich schnell gesprochen, dann denkst du, ja, mei, wo habe ich, unterwerfe ich so subtil jedes Mal und jeden Tag? Oder in welcher Position bin ich, damit ich die Macht ausübe? Egal, ob du Politikerin bist oder sonstiger oder eben Mediziner oder Psychotherapeut oder sonst was bist, wo versuchst du, anderes zu unterwerfen in deinem Sinne, damit du berühmt wirst, damit du dich profilieren kannst, damit du etwas wert bist und dich als Wert empfindest und andere dafür in Anspruch nimmst und anderes in Anspruch nimmst. Wie oft willst du retten? Oder hast diese Intention, mein Gott, mein Kind kann es nicht, jetzt muss ich den davor retten, dass er da eben untergeht oder blamiert wird und dann rette ich den. Dann tue ich etwas für den, was er eigentlich selber tun könnte. Und wenn ich mir zum Beispiel mehr Geduld haben würde und es ihm mehr zumuten würde, dann wäre das vielleicht gar nicht notwendig. Natürlich gibt es Rettungssituationen im Leben, ist gar keine Frage. Da muss mir jetzt keiner kommen mit einem Gegenargument. Nicht, wenn wir die Leute auf der Straße liegen ließen, wenn sie wirklich ohnmächtig sind und all das und wirklich die Gefahr absolut da ist, dann ist es total wichtig und es ist gut, dass wir sowas haben, aber es ist doch ganz schön überorganisiert teilweise oder überstark geworden oder eben damit auch ein Wirtschaftsfaktor geworden und all das. Und insofern brauche ich viele Dinge nicht zu retten, weil sie sich selbst organisieren, weil sie sich selbst wiederfinden können, weil sie einen gewissen Leidensdruck brauchen, um eben tatsächlich zu wachsen, sich wiederum zeigen zu können und damit ausgeglichen zu sein und muss nicht um jeden Preis gerettet werden. Und die staatliche Fürsorge ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, eben auch jetzt gerade in diesen Infektlagen, die wir da hatten, in den epidemiologischen Lagen, die wir sehen, aus Einseitigkeit heraus entstanden. Das ist nur ein Beispiel, wie gesagt, wir könnten auch andere finden. Also wann findet Unterwerfung statt? Und findet Unterwerfung gerade in Meinungshoheiten, in Expertenhoheiten, in Expertisen, in Überzeugungen immer wieder statt? Und dann auf der anderen Seite eben diese Rettungsmöglichkeit. Das ist doch etwas sehr Häufiges, dieser Dreiklang. Unterwerfen, Retten, Überzeugen, die häufigen Grundprobleme unseres Handelns, unseres einseitigen Handelns und Denkens als Menschen.